Hallo, herzlich willkommen zu meinem Tutorial How to do it yourself, verdammte Ähm, wie heißt das nochmal? Äh, ich glaube das Ding heißt auf Englisch Lightning Rod, Blitzerbleiter oder so Äh, first step you're gonna need, äh Fucking Copper, wo krieg ich denn den fucking Copper her, Junge? Ich lade das an, kalt bitte auf meinem zweiten Kanal hoch Ansonsten hau ich dich sofort Oder bitte mit so einem richtig knappigen Funken, Alter Wie mache ich den verdammten Blitzerbleiter? Lightning Rod, Abfahrt, Lobum Jetzt zeige ich euch, wie einfach man sich erschlagen lassen kann Dieses Video endet, wenn ich mich mit diesem Ding umgebaut habe Scheiße, wo wird's hier raus? Ich liebe Minecraft Mikrofon, komm näher zu mir Komm, trau dich Komm zu mir Trau dich Trau dich, komm zu mir Was ist das, scheiß Blitz, was ist das, blitz, blitz, was ist das, eins gegen eins Sechs, ein halb Stunden später Jetzt mach deinen Job und mach mich alle War es nicht der Herr dazu, oder? Drei Wochen später So, komm Schneitz, Schneitz, mach gerne, mach, mach was du willst Ja, das ist alles scheiße, ich hab's doch schon jetzt eben einmal geschafft Zwölf Sekunden später Ist das so schwierig? Viele Monate später Ich sehe nicht, dass mich der Blitz trifft Wieso schaffe ich sowas nicht? Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später Gewittert es überhaupt noch 3000 Jahre später Ah Jetzt aber Ja, oder die Wallfee Ja, dann machen wir noch ein bisschen mehr Komm, mach Ciao